In der heutigen Folge versuchen wir uns hier noch einmal durchzuschleichen. Ich hoffe, diesmal kriegen wir das hin. Okay, schnell, schnell, schnell. Wahrscheinlich ist es besser, hier links entlang zu gehen, wobei es spielt nicht unbedingt eine Rolle. Ich dachte, da würden wir nicht entdeckt werden in der Mitte. Mist! Jetzt war ich, glaube ich, zu nah an ihm dran. Oder auch, weil ich gelaufen bin, das kann natürlich auch sein. Ich glaube, da sieht man uns schon nicht. Wir probieren es nochmal. Ja, hier ist man schon sicher. So. So, in der nächsten Runde können wir weiter. Jetzt. Okay, jetzt müssen wir hier nur noch rauskommen. Jetzt guckt ihr da hin. Ja, das hätte sogar geklappt. Ein bisschen Schiss vor dem, aber ich glaube, jetzt können wir dann lang. Okay, sehr gut. Wir haben es doch noch hingekriegt. Woher kommen wir jetzt denn hin? Wir nehmen mal mit. Wir nehmen mal mit. So, da könnten wir nach hinten. Wir könnten auch hier lang irgendwie. Ah, hier muss eine Batterie rein, ne? Ja gut, dann schauen wir uns mal da um. Ah, hier ist ja schon eine Batterie. Wunderbar. Ah, hier ist. Okay, wenn wir kein Gewicht kriegen wollen, muss ich zuerst den Strom unterbrechen. Gut, kriegen wir auch hin. Schauen wir mal nach. Kann ich das hier kaputt machen? Ich dachte, das wäre für den Strom da. Es ist ja klar, dass es da nicht geht. Wo kann ich denn den Strom unterbrechen? Aber die Drähte führen ja hier entlang, ne? Bis hierhin eigentlich. Achso, na gut. Perfekt. Rein damit. Schalter bedienen. Wunderbar. Oh. Mist. Wir wissen sollen, dass er da explodiert. Also, die ist kaputt. Achso, da drüben ist noch so ein Strahl. Ne, da musst du da rüber. Aber doch nicht so. Fast richtig. Jetzt ist gut. Perfekt. Was gibt es denn hier, Hübsches? Aha, perfekt. Und nochmal essen. Dann würde ich die Dose doch gerne gleich essen hier. Lecker. So. Hier haben wir noch eine Kiste. Und was gibt es hier? Könnten wir auch wieder lang, ne? Aber da könnten wir auch lang. Ist wieder viel zu viel offen hier. Irgendwelche Wege. Warte mal, ich schaue mal auf die Karte. Bericht. Gibt es hier gar nichts, oder was? Nur in den anderen Etagen. Äh, wie kann ich denn die Etage wechseln? So. Ja, okay. Dann weiß ich nicht, wo ich lang soll. Soll ich hier lang, oder soll ich da drüben entlang? Was gibt es denn hier? Hier gibt es auf jeden Fall diese Kiste. Und sonst? Auch wieder Dutzende von Gängen. Okay, hier kommen wir nicht lang. Beziehungsweise. Oh, da ist eine Perle. Da will ich natürlich eigentlich hin, ne? Da will ich hin. Kann ich aber nicht. Schattels ohne Markierung. Damit transportieren sie die Opfer. Oh, bin ich da? Bin ich da? Äh, Mann. Sind aber überall zu viele Wachen. Schattels ohne Markierung. Damit transportieren sie die Opfer. Ja. So, jetzt mal hier vorsichtig. Sieht der uns so? Glaub nicht. Oh, da kommt einer. Äh, wieso kommt der? Geh weg. Können wir dem jetzt nachschleichen? Frage ist, bis wohin geht der? Okay. Schleichen wir einfach mal dem nach. Hat sogar funktioniert. Wow. Oh, da will ich hin. Da ist die Perle. Ja, ja. Ich weiß auch, wie wir da hinkommen, ne? Es wird aber nicht so leicht. Vielleicht eher von der Seite hier. Wenn wir jetzt ihm hier nachschleichen. Wobei, dann kommen wir ja eigentlich nicht lang, ne? Was war denn jetzt wieder? War ich wieder zu dicht dran, oder was? Das manchmal verstehe ich es nicht ganz. Vielleicht ist es von dieser Seite hier einfacher. Ich weiß es nicht. Schattels ohne Markierung. Damit transportieren sie die Opfer. Nochmal ein Versuch. Vielleicht können wir uns da dann neben ihm schnell durchschleichen. Er würde uns wahrscheinlich sehen, aber vielleicht ist das ja nicht so schlimm. Hallo. Hallo. Ja, hat tatsächlich funktioniert. Ich gehe. Nehmen wir jetzt die Perle hier mit. Perfekt. Hier öffnen wir. Ach nö, jetzt ist das Tor hier wieder zu, ne? Jetzt müssen wir den ganzen Pfaden nochmal entlang schreiten. Ist natürlich dämlich. Die wissen natürlich, wo der Raum ist. Kommen wir aber nicht hinterher. Naja, es war ja nicht so schwer. Also ich denke, das kriegen wir hin. So, der muss jetzt dann abziehen, ne? Was war denn jetzt wieder? Ich gehe. Was war denn jetzt das Problem? Ich verstehe es nicht. Wie hat er mich jetzt entdeckt? Falsch Alarm! Ist Alarm! Alarm! Nein! Jetzt muss ich wahrscheinlich die Perle wiederholen, ne? Die Perle noch da. Oh, wir sind bei der Perle. Ach, wunderbar. Ach, theoretisch könnten wir jetzt auch von hier aus weiter, ne? Wir sehen ja, wenn er da steht. So, jetzt dreht er um. Ich hoffe, das reicht. Ganz knapp. Gut. Warte mal, sind wir jetzt nicht mehr? Okay. Okay, hier können wir speichern. Sehr, sehr gerne. Äh, Nordflügel hatten wir jetzt zum Ende hin. Gut. So, dann wollen wir doch mal sehen, was gibt es denn hier so zu entdecken. Soll ich denn jetzt hier wieder entlang kommen? Gibt es hier einen Schalter oder so? Mal sehen, tue ich nix. Hier unten durch wird wohl kaum gehen. Nö. Oben lang. Nö. Das da ist ja auch kein Schalter, ne? Da muss ich... Oder? Ne, da muss ich mit dem Schlüssel. Sagen wir jetzt nicht, wir kommen hier nicht weiter. Ne, warte mal. Hier vielleicht. Ja, hier. Jetzt habe ich wieder Leben geopfert, nur um das auszuprobieren. Na, das ist natürlich ziemlich dämlich. Na gut. Schlimmeres. Na, das dachte ich mir schon. Okay. Wo genau ist denn hier jetzt ein Kasten? Außen wahrscheinlich, oder? Äh, ich weiß es nicht. Ah, hier. Hier ist der Kasten. Okay, dann beeilen wir uns mal. Das war natürlich klar, dass wir jetzt da reinspringen. Immerhin haben wir die Sicherung. Gut. Das hat uns jetzt nur einen Lebenspunkt abgezogen, dass ich jetzt nicht so schläge. So, na dann. Runter geht's. Ich gehe. Ne, ne, geh nicht. Weiß nicht mal, wo du bist. Da oben. Dreht der sich um? Oder bleibt der so stehen? Scheint so stehen zu bleiben, ne? Na gut, er sieht uns nicht. Das ist eine Kiste, die hätte ich natürlich gern. Okay, ich dachte, er deckt uns jetzt, wenn wir das tun. Soll ich, soll ich ihn ausschalten? Vielleicht gibt's da oben noch was, ne? Das kommt von da drüben. Hat ja gut funktioniert. Da drüben. Das hat ja ganz gut funktioniert. Also damit meine ich, es hat überhaupt nicht funktioniert. Warum auch immer. Haben doch getroffen. Das war knapp. Vielleicht sollten wir einfach weiter. Gibt's noch nicht. Mann. Dann säubere halt deine Zone wieder. Herr, bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Das war knapp. Nicht gedacht, dass er jetzt hier hinzieht. Okay, ich weiß nicht, ob ich es nochmal versuchen soll. Mein Versuch mach ich noch. Ich darf echt nicht hinziehen. Das trifft tatsächlich. Von der Seite trifft es nicht. Das ist ein bisschen lächerlich, aber okay. Es trifft nicht. Ja, dann lass ich ihn halt sein. Er bitte Erlaubnis, Zone zu säubern. Bestätigt. Dann lass ich es halt sein. Wenn er nicht will, dann will er nicht. Gehen wir halt einfach weiter. Ich hoffe, da oben ist nichts Wichtiges. Okay, hier könnten wir entlang. Machen wir das mal. Okay, wie kommen wir denn jetzt hier wieder weiter? Da ist ein Schalter. Achso, ja, ja, ja. Ich verstehe schon. Wenn der wieder auf der Plattform steht, am besten. Wollt mich ducken, Mann. Das war ja klar, wenn wir in die Arme laufen. Ah, kommt. Ich drück mich um. Das ist vielleicht besser. Ich will da einmal zu schnell durch. Einfach durch die Sachen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich eigentlich hin will. Ah ja, okay, da. Da rum. Und jetzt schnell hier. Okay, wir sind noch durchgekommen. Perfekt. Nö, jetzt fehlt hier eine Sicherung. Ernsthaft? Wo kriegen wir denn jetzt eine Sicherung her? Achso, nee, warte mal. Wir haben ja eine Sicherung dabei, ich Idiot. So. Zum Glück ist mir das noch eingefallen. Double H, ich habe den ganzen Sektor abgedeckt. Überall Wachen, aber nichts für meinen Bericht. Konnten Sie hineinschleichen? Weiter im Text. Ich schätze, wir sind fast da. So, wir speichern aber nochmal. Achso, hier sind wir jetzt. Okay. Hier sind wir hergekommen. Wir haben jetzt hier geöffnet. Dann könnten wir jetzt hier entlang, ne? Zentralhalle. Aber einen Weg haben wir oben nicht durchsucht. Ne? Da sind wir ja nicht lang gegangen. Hm. Weiß nicht. Hätte ich vielleicht noch tun sollen. Da werden die Opfer durchgeschleust. Gehen Sie vor, ich gebe Ihnen Rückendeckung. Vergessen Sie nicht, ein Bild zu machen. Weiß nicht, sollen wir da nochmal zurück? Ist da was Wichtiges? Das ist halt die Frage. War das weit entfernt oder komme ich da schnell wieder hin? Ich versuche es nochmal. Hier ist jetzt geschlossen oder was? Ja gut, nee, dann lasse ich es erstmal. Ich sehe nichts, man. Das ist eine tolle Kamera. Dann lasse ich es, glaube ich, erstmal sein. Ich will jetzt nicht unbedingt hier den ganzen Weg zurück, weil das war dann doch schon ein längerer Weg. Und dann war es das erstmal mit dieser Folge. Und in der nächsten Folge gucken wir uns dann hier weiter in der Zentralhalle um. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis dann. Tschüss. Ein Fahrzeug hat die Südbarriere passieren. Bleibt auf eurem Posten. Thank-to辛, Ag there. onomisch.